ok leute habt ihr fragen seid ihr zufrieden seid ihr jetzt zufrieden habt ihr jetzt das was ihr wolltet und damit willkommen zu einer neuen folge lesbe clash of clans mit mir im torsten ja und ihr habt ja eben oder habt ihr vor dem intro gesehen ich hatte mir doch noch den battle pass gekauft das ist am montag abend im stream passiert auf twitch tv und ich habe mir den dann doch ja noch geholt ein tag hatte ich dann ja noch zu spielen und ich habe es jetzt nicht mehr ganz geschafft ihr seht dass die season hat geendet ich habe es nicht ganz geschafft mir die lager ist noch voll zu spielen lager einfach daran da war noch ein ganzer arbeitstag dazwischen dann noch ein paar stunden wo ich ein bisschen fahren konnte dann habe ich abends auch noch gestreamt habe ich auch noch ein bisschen gefahren aber es hat trotzdem nicht gereicht und irgendwann bin ich natürlich auch ins bett gepurzelt na gut 15 millionen 13 millionen 88 tausend mal gucken wo die jetzt hingehen aber ihr seht das rechts oben jetzt schon man kann das komplett über buchen oh gott oh gott ja ich habe mal wieder gedefft ohne ende alles klar ich habe mal wieder gedefft ohne ende und aber ihr seht das jetzt hier es ist nicht auszugeben kann man nicht anders sagen es ist nicht auszugeben aber mal sehen was ich damit mache ich werde mir das mal sehr sehr gründlich überlegen aber die nächste season ist noch nicht da so wie ich das jetzt sehe ich muss mal gerade gucken die clan war liegt haben angefangen ein gameboost ist noch aktiv auf die mien und sammler und hier ach doch man kann sich den zweiten pass jetzt frei spielen ich spiele mir den dieses mal jetzt schon frei ich spiele mir den diesmal jetzt schon frei denn ich habe letztes mal ja hier alles im laufe des monats natürlich ich habe noch alles eingesammelt klar ich habe überall gems für bekommen ich war auch ein bisschen bisschen gutäugig so will ich das mal sagen den ich habe ich habe auch runen verkauft und so die ich nicht hatte die hätte ich natürlich ausgeben können aber ich wollte ich wollte einfach den skinny hinten haben und ich würde natürlich auch gerne den neuen skin hier hinten erspielen ja keine frage ich mag das zwar jetzt nicht so aber sie hat immerhin schuhe an die queen und dann würde ich sagen gehen wir meinen shop und kaufen den gold shop ich bin hier glaube ich gar nicht mit gar nichts verbunden das sieht man hier also kleinen augenblick da muss ich mich eben mal mit meinem anderen device verbinden wo ich auch was hinterlegt habe beziehungsweise wo ich etwas besser verbunden bin und dann sehen wir uns gleich wieder hurra wir haben jetzt schon den gold pass received also jetzt hat jetzt habe ich mal nicht bis zum ende des monats gewartet sondern mit dem account hier mit dem main account haben dann halt viele gesagt im live stream toto das ist dein main account tue es für deine zuschauer ich habe mir das ding jetzt gekauft und jetzt sind wir gold pass besitzer und jetzt können wir uns wieder alle vorteile freischalten inklusive der skins und ja mal sehen ich weiß noch gar nicht wo ich das jetzt alles hier hier reinbringen soll 12 vor allem dass das dunkle alles klar 328.000 aber ich denke mal ihr habt das sicherlich super super sinnvoll ausgegeben kann ich mir zumindest vorstellen denn ganz ganz viele haben sich den gold pass gekauft und haben heute morgen mal eben 50 millionen da stehen gehabt also 25.000 gold und 25 millionen gold und 25 millionen elixier und 250.000 dunkles ich hoffe ihr habt das sinnvoll eingesetzt ich versuche das ganze natürlich auch sinnvoll einzusetzen muss mir jetzt aber erst mal einen blick über die lage verschaffen hier okay hat jetzt ein bisschen gedauert ich musste nämlich kurz mal zu den soßen rüber liga starten aber ich bin jetzt wieder bei den herausforderern und wir sind noch aktuell wir sind immer noch aktuell im klaren krieg hier sehe ich das heißt hier startet die liga ein bisschen später und das sieht eigentlich ganz stabil aus muss ich sagen wir haben schon einiges im live stream gesehen gehabt am habe ich eigentlich gestreamt ich habe am dienstag tatsächlich gestreamt da ganz ganz spät noch ich hätte fast gesagt mitten in der nacht aber ich habe dann auch ein bisschen ein bisschen länger gemacht muss ich sagen und aber es war ganz nett wir hatten unheimlich viele zuschauer zu dem zeitpunkt habe ich gar nicht so gedacht eigentlich wollte ich nur was testen und habe gedacht komm da machst du nur youtube an und twitch machst du gar nicht erst an und dann waren es plötzlich 200 zuschauer dann machst du auch nicht einfach so aus dass dann vergrault sie die auch dann dann sagen die auch du kannst nicht irgendwie anders testen aber mal gucken wie sich der wer ist es denn eigentlich der let's go hier geschlagen hat den habe ich noch gar nicht gesehen einige sind hier neu beziehungsweise sind jetzt schon seit ein zwei ck dabei und werden auch die liga mitspielen ist zwar jetzt nicht so mein ding über ecke rein zu kommen aber wir haben es ja schon gesehen es werden drei sterne manchmal weiß man natürlich nicht wie sind es denn eigentlich drei sterne geworden also mit spam taktik hier hexen spam und heilerlos das heißt also mit golems vorweg kann man so oder so machen gerade im rat aus 9 bereich ist das immer unterschiedlich hier stand natürlich sehr vier oder vier sehr kompakte luft abwehren da brauchst du nicht unbedingt mit heiler kommen die werden spätestens jetzt alle weg und deine restlichen truppen sind kaum noch geschützt deswegen ist das hier schon so ein kleines bisschen besser mit den goleys vorzugehen auch wenn die jetzt hier hinten zum beispiel da schon gegen eine mauer klopfen der tankt ja in jedem fall da hier unten ist noch sind sind noch zwei hexen im eck also da muss man immer mal gucken was tank gerade wo kann ich vielleicht noch was nachsetzen helden schickt er jetzt beziehungsweise die helden waren hier auf auf der seite und die kommen jetzt auch noch mit ins spiel aber ihr seht auch schon hier wieder die unmenge an hexen jeden wartet jetzt war noch eine tesla farm ziemlich hart geschützt sie von magiatüren und einem x-bogen der dann noch in mit mittendrin hier feuert aber okay das macht jetzt der dicke mit level 20 ist ja schon gar nicht mal so schlecht muss jetzt allerdings gegen eine mauer bohren aber der tankte jetzt mal eben alles weg mit seinen kleinen barbaren und hat gut funktioniert zwei tesla tesla rausgenommen aus dem spiel und jetzt bekommt die queen erst beschuss sie geht jetzt erstmal alle geht immer noch ein tesla okay jetzt geht sie auf den x-bogen ganz stabil würde ich sagen cooler angriff und dorf ist vielleicht ja obwohl es war schon war schon ganz gutes dorf und kombi denke ich mal ist ganz gut gewählt hier aber mal sehen wie das hier ausgeht und wie wir hier die liga starten wir starten ja eine 30er liga da bin ich auch echt mal gespannt drauf und ich wollte jetzt aber eigentlich schon gleich gleich wieder pass spielen ein slammer den habe ich nämlich zack da war schon wieder was für unseren pass getan ein steine werfer den habe ich jetzt natürlich nicht den muss jetzt erstmal eben nachbauen also ich habe immer noch ein aber ich habe es immer ganz gerne wenn ich einen in der pipe habe das heißt also einer ist eigentlich immer fertig wenn es dann mal holter die polter geht und schon haben wir wieder ein bisschen was für unser pass getan wunderbar was muss man normal einen angriff gewinnen dann haben wir schon wieder das erste wort hier nehme ich den eingehen boost bzw die eigene spende das machen wir auch würde ich sagen aber vorher geben wir natürlich ein bisschen was aus leute das geht ja gar nicht also wir investieren hier ganz hart in mauern kann ich euch sagen und die kosten ja die kosten jetzt natürlich fünf mille aber was willst du machen die kosten jetzt halt fünf millionen jetzt habe ich das ganze kompartment hier fertig und wir können hier mal so ein bisschen die qual der wahl ist groß wir gehen hier mal in das erste kompartment würde ich sagen also geben wir hier noch ein bisschen weiter aus für morgen auch mal ein bisschen elexieren dann kann ich mir mal so einen kleinen überblick verschaffen wie viel wir denn eigentlich noch machen müssen aber ihr wisst ich muss noch ohne ende die dinger machen hier 133 100 die mache ich auch noch hier alter 132 alles klar 132 mauern dann können wir uns auch wieder ein gegner suchen wie man natürlich dass das dunkle hier jetzt er kriegen soll das ist mir im moment noch ein rätsel das ist mir wirklich noch ein rätsel und viele haben ja gefragt sag mal geht das ganze jetzt vom vom pass hier in die lager rein beziehungsweise kann der gegner jetzt mehr bei mir holen ich kann es nicht genau sagen aber dieser der der hier ist wenigstens voll bei mir waren die min und sammler eben nicht nicht mal voll deswegen nehmen wir den auch mit hier ja wir nehmen den mal mit hier würde ich sagen einmal den king hier gesetzt ein paar magier dahinter und ganz ganz viele alte 14 das muss ich mir auch mal ein bisschen abgewöhnen glaube ich das muss ich mir auch mal ein bisschen abgewöhnen dass ich nicht mal so die ultramasse an an mauerbrecher mit nehme aber 14 stück ihr seht das hier die gehen auch ganz gut durch und ja mal sehen mal sehen wie die sich jetzt durchfressen ich kann ruhig so ein bisschen elixir verbrauchen an der stelle hier hinten haben wir nun single entfernt oder müssen das müssten ein oder ist das doch multi das ist ein single es müssten eigentlich meine paar kobolde da schaffen das lager haben wir aber sehen wir haben ja noch ein bisschen wir haben ja noch ein wenig luft hier und aber wir haben kaum noch ein riesen da okay das ist jetzt aber nicht so schlimm können wir noch mal heilen hier aber noch ein paar magier drin den worten aber schon gezündet wo ist der dicke ach der ist da hinten schon im inferno strahl okay dann gehe ich mal ein bisschen näher rein dann können wir hier auch ruhig wieder gewinnen für den für den sterne bonus ich meine der ist hier unten jetzt sehr sehr mehr als uninteressant denn ich bin ja ganz ganz tief in der liga ich bin ja habe ja gedroppt ohne ende aber ich wollte lediglich auflösen was gibt es in dem pass was gibt es natürlich als neuen pass das weiß jeder gibt es den helden skin woman also die bogenschützenkönigin bekommt ihr neuen skin sollte auch nur eine ganz ganz kurze folge für euch heute sein und dann würde ich auch sagen ja machen wir aber wir können gar nichts mehr machen aber wir haben jetzt hier schon wieder was in pass reingespielt und siehe da das erste reward ist da jawohl ein game donation und auch die 500.000 gold nehmen wir natürlich gerne mit für unsere weiteren mauer jetzt haben wir hier schon den ersten erfolg hier hinten und können jetzt mit einem hier wieder so ein paar sachen raushauen das ist ganz cool im moment habe ich ja ich hab ja gesehen wenn ich jetzt ein slimmer nehme für eigengem nehme ich den immer gerne mit kann ich euch sagen nehme ich immer gerne mit geht ihr auf mein spendenkonto auch auf und es gibt ja immerhin die tagesspende und es gibt aber glaube ich auch hier ein spiel 625 ok da müssen wir uns ein bisschen ran halten der rest ist stabil hier ein bisschen dunkles machen ja das passt auch nicht schlecht naja aber wie gesagt es sollte einfach nur eine update folge sein bzw ich hatte mir den pass ja etwas später gekauft hat mir das jetzt aufbewahrt das gibt es übrigens als clip unter twitch.tv das hat der tila abgedreht da kann man so kleine besondere hähnchen drehen und ich hoffe ihr habt einen coolen feiertag wir sehen uns ja später noch am abend und ich sagen bis dahin euer toto